Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kinocast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo, grüß. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, guten Morgen. Wir nehmen hier ziemlich zeitig früh auf. Und falls wir uns heute nicht mehr sehen sollen, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht. Jawohl. Sehr guter Film übrigens. Einer der Besten. Definitiv, ja. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung, wer jetzt ins Kino gehen möchte, zumindest hier in Baden-Württemberg ist das so, muss ja wahrscheinlich auch bundesweit, da weiß ich nicht ganz genau, weil jedes Land macht ja so sein eigenes Ding. Also ihr braucht jetzt einen offiziellen Test. Also ihr müsst vorher mal in so eine Teststation gehen und euch einen Test holen. Ein eigener Schnelltest zählt nicht, haben wir gerade so rausgefunden auch. Und das heißt, wenn wir morgen in Disney gehen oder wenn ihr den Podcast hört und ihr geht auch in Disney hier in Stuttgart oder irgendwo anders ins Kino, dann lasst euch vorher ordentlich testen, weil die haben 2G Plus, nennt sich das. Also ihr müsst genesen oder geimpft sein und einen offiziell bestätigten Test mitbringen. Okay, das dazu. Jetzt aber zu den Filmen. Was haben wir heute im Angebot? Resident Evil Welcome to Raccoon City. Das Reboot der Resident Evil-Reihe. Da fällt mir ein, wir haben ja heute noch ein Reboot oder noch ein Reboot zumindest von der Serie. Was haben wir noch alles? Ach ja, eine Rezensionsdisk haben wir bekommen. Kings of Hollywood mit einer illustren Schar an Stars, die da mitgespielt haben. Ich habe den Schläferts-Film Sadomona angeschaut, aka Policewoman. Und Chris hat New Mutants geschaut. Wo war das? Sky oder irgendwo? Sky. Ja, Sky. Oh, das haben wir noch im Angebot. Ja, Hawkeye, da werden wir drüber reden. Über die neue Serie bei Disney Plus. Die Marvel-Weihnachtsserie würde ich es mal nennen. Chris hat Squid Game, sehe ich hier, endlich geschaut. Schreibt sich mit D. Und ich habe Dexter New Blood. Das habe ich auch geguckt, Dexter New Blood. Ja, die erste Folge gibt es ja bei Sky. Und bei der Kate steht es nicht drin, die hat es nicht geguckt. Ach. Und da werden wir mal anfangen. Resident Evil Welcome to Raccoon City. Ein, ja, sozusagen ein Reboot der Resident Evil-Reihe, die ja nun schon irgendwie acht Teile oder so zählt mit Mila Jovovich. Und das war ja so sozusagen die Cash-Cow von Konstantin Film, die damit weltweit abgesahnt haben, insbesondere im asiatischen Raum. Ging das wahnsinnig gut, wenn das ins Kino kam. Das war, ja, ging wie geschnitten Brot. Sind alle ins Kino gegangen. Und jetzt versuchen sie es mal mit einer Neuauflage, weil Mila Jovovich ist ja jetzt bei Monster Hunter aufgetaucht. Und wollte vielleicht nicht mehr so unbedingt nur Resident Evil machen, sondern mal ein anderes Videospiel. Wie auch immer. Jedenfalls gibt es eine Neuauflage, eine deutsch-kanadische Co-Produktion. Und wir lernen so ein bisschen, ja, so die Vorgeschichte von dem ersten Film mit Mila Jovovich fast kennen, würde ich sagen. Also, und wir sehen auch in so ein paar Rückblenden noch erzählt, ein paar Storys von unserer Hauptprotagonistin, die jetzt gespielt wird von Kaya Scudelario. Und die war nämlich in Raccoon City in so einer Art Kinderheim untergebracht mit ihrem Bruder. Und wurde dann irgendwann dort mal rausgeholt aus diesem Kinderheim. Und in diesem Kinderheim, da gab es wohl ganz dubiose Vorfälle. Also, sie hat da immer Kontakt gehabt mit so einer völlig Entstellten, die so eine Maske aus menschlicher Haut da hatte. Was fast wie Leatherface bei Texas Chainsaw Massacre. Und die war aber an sich ganz, ganz lieb. War natürlich ganz schrecklich erst mal, die anzuschauen. Und hatte Angst gehabt, gab es ein paar Schockszenen und so. Und dann spielt das so ein bisschen in der Jetzt-Zeit dann, weil sie kommt dann zurück nach Raccoon City und will auch zu ihrem Bruder. Der ist dort mittlerweile in der Polizei tätig. Und die Polizeistation hat so ein bisschen was zu tun. Der ganze Film spielt mehr oder weniger in einer Nacht. Außer jetzt natürlich die Rückblenden, die umfassen ein breiteres Zeitspektrum. Aber dieser ganze Film, das wird auch so angedeutet. So, jetzt haben wir so und so viel Uhr, jetzt haben wir so und so viel Uhr. Und die Story verdichtet sich dann immer mehr. Denn in Raccoon City breitet sich eben dieser, ich nenne es mal, Zombie-Virus aus. Und die Firma, die dafür verantwortlich ist, Umbrella Corporation, die hat beschlossen, sich aus diesem Ort mehr oder weniger zurückzuziehen und den abzuriegeln und alles irgendwie dicht zu machen und quasi zu nuken, würde ich sagen, um das zu vertuschen, was dort passiert ist. Und die Protagonisten, die erfahren das auch relativ früh, dass das geplant ist. Den Ort quasi sechs Uhr ist die Deadline, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bis dahin müssen sie natürlich da irgendwie rauskommen. Und dann gehen natürlich Leute verloren und müssen gegenseitig gefunden werden. Und dann gibt es noch ein paar Quests, die sie dann erfüllen müssen. Und in der Polizeistation verschanzt man sich. Und da sind auch noch welche, das hatte so Einflüsse gehabt von John Carpenters Assault-Anschlag bei Nacht, wo die sich da in dem Polizeirevier verschanzen und dann auch noch die Gefangenen mit zu Hilfe nehmen gegen diese anstürmenden Zombie-Horden. Und parallel ist noch so ein SWAT-Team, so eine Art SWAT-Team, nenne ich es mal, auf dem Weg in dieses Anwesen, was man auch schon aus dem Spiel kennt. Und da weiß man ja, da gehen dubiose, schlimme Sachen vor sich. Und da ist es auch ausgebrochen. Ja, viele, viele Stränge, die daneben herlaufen und die erzählt werden. Der Film verzettelt sich da auch so ein bisschen. Also nur ein bisschen. Ich weiß ja, dass du es nicht so gut fandest. Deswegen lasst du auch schon. Was heißt, ja, schieß mal los. Was hast du denn zu kritisieren an dieser Perle der Lichtspielkunst? Perle der Lichtspielkunst. Der Film strotzt vor Langeweile. Das fand ich aber nicht. Da muss ich jetzt gleich mal einhaken. Also Langeweile... Ja, das kannst du gerne machen, aber... Also ich lasse andere Kritik zu, aber Langeweile lasse ich nicht zu. Also ich fand ihn weder besonders schockig noch irgendwie spannend erzählt. Ich fand jedweden Schauspieler so unfassbar blass und alles. Also das war teilweise schon eine Frechheit. Das hatte so was von Leidenkomödie oder so. Also ich sag's ganz offen und ehrlich. Was mir gefehlt haben, war ein Sharknado. Dann hätte es perfekt gepasst. So heil, die tun eigentlich jeden Film gut. Ja genau, aber halt wie gesagt, der Sharknado, der hat noch gefehlt. Es hat mich zu... Keine Minute wirklich, vielleicht am Anfang 30 Sekunden lang, abgeholt. Ich fand das teilweise so fucking unglaubwürdig. Also Claire Redfield mit... Ah, ich bin so tough und... Ah, ich bin ja so die ganz Harte und... Boah, bin ich... Ich bin ja noch härter als hart und... Hab aber überhaupt keine Story eigentlich. Aber ich bin hart. Von ihrem Bruder, der einfach nur ein Muskelbrotz ist halt, der gut aussehen soll. Bis hin zu den ganzen anderen Protagonisten. Also bis hin zu der Polizei und dann der Polizeichef. Und... Also es war... Ich fand es super anstrengend, weil der Film überhaupt nicht aufhören wollte. Also der hat weder Fahrt aufgenommen, noch irgendwie die Dynamik drin gehabt und war halt teilweise auch... Was halt echt noch gefehlt hat, waren noch saublödere Dialoge. Dann wäre es abgerundet gewesen. Also für mich ist es eher ein Film in die Richtung Schlefatz. Auch wenn der Sony bestimmt nicht so gerne hört, aber... Ja stimmt, Schlefatz ist wenigstens noch lustig. Ne, also ich fand es komplett Panne eigentlich als Reboot. Ja, es waren Situationen und Szenen da, die an das Videospiel erinnert haben. Brauchen wir nicht drüber reden, alles super cool. Nur davon wieder irgendwie zu wenig und dafür war es viel zu verrupft, viel zu viele Nebenstränge, viel zu seltsam erzählt und einfach ganz viele Sachen noch weggelassen. Deswegen, ne, war überhaupt nicht meins. Also ich glaube, in Erik hat es viel mehr abgeholt wie mich. Ja, das kann man schon so sagen. Also zumindest, ja, ein bisschen mehr. Wir liegen jetzt punktemäßig auch nur zwei Punkte auseinander. Was mir aber echt gefallen hat, also ich habe ja bei den Spielen wirklich nur den ersten Teil und den zweiten Teil gespielt, damals auf der Playstation 1. Weil da habe ich damals noch im Computerspielbereich gearbeitet. Und da haben halt viele, das war halt ein extrem gefragtes Spiel. Das war ab 18, musste unter dem Ladentisch, da mussten dann die Kids irgendwie ihre Mamas und Papas überreden, damit hinzukommen und, ja, kauf mir das mal und so. Und dann haben mich die Papas und Mamas gefragt, so und, worum geht es da in dem Spiel? Ja, so ein Actionspiel halt. Konnte man ja schlecht sagen, ja. Bloodshed ohne Ende. Nee, genau. Und da habe ich dann damals auch reingespielt gehabt. Ich hatte auch eine Playstation 1. Irgendwie die nächsten, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es da noch gab. Da gab es ja diverse Neuauflagen auf PC und so. Das habe ich dann alles nicht mehr so. Also in Ersten und Zweiten, der Zweite vor allem, da war echt gut. Deswegen mochte ich sehr, dass bei diesem Film so ein bisschen Back to the Roots Gefühl drin war. Ich hatte nämlich zufällig letztens auf Sky auch irgendwo einen der neueren Mila Jovovich Resonant Evil irgendwie laufen lassen und habe gedacht, um Himmels Willen, das hat ja nichts mehr, außer den ein paar Namen wie Umbrella und dass da Zombies sind oder so, hat ja nichts mehr mit den Spielen irgendwie zu tun. Und deswegen war das für mich wirklich so eine, ja, so eine angenehme Erleichterung, dass jemand offensichtlich mal das Spiel gespielt hat, um zu wissen, wo er den Film gemacht hat. Weil das hat offensichtlich ja der andere Regisseur irgendwie nicht gemacht. Selbst der erste Film mit Mila Jovovich hatte ja nur rudimentär irgendwas mit dem ersten Spiel zu tun. Und deswegen, ich mochte es sehr, dass jemand sich wirklich mal an dem Spiel orientiert hat. Da waren so Kamerapositionen, also wer das Spiel kennt, was weiß ich, wenn man die Tür öffnet, und man sieht die Person von hinten und die greift so zum Türknauf hin und bis hin zu diesen isometrischen Perspektiven, dass man den Raum so von oben sieht. Und ich mochte das echt sehr. Auch die Namen sind da alle mit dabei hier, Jill Valentine, wie sie alle heißen. Und ja, die Zombies auch, die Gebäude, die Locations. Und ja, es hat mich echt abgeholt. Da habe ich wirklich fast ein bisschen auch über die Defizite darüber weggesehen, dass die Story sehr zerfasert war und sehr viele parallele Geschichten da liefen, auf die man aufpassen musste. Da hätte wieder mein Grundsatz gegolten, den ich da immer wieder gerne anbringe, keep it simple. Also gerade bei solchen Actionfilmen. Ja, jetzt pack doch nicht zu viel rein und lass doch nicht da noch und gib doch nicht denen noch eine Backstory oder irgendwas. Das hat ausnahmsweise die Resident Evil-Reihe, die andere mit Milla Jovovich, richtig gemacht. Gar nicht zu viel rein. Einfach, boah, zack, Zombies da durchladen und los. Ja, aber ja, ich hoffe mal, dass da vielleicht noch irgendwie ein Nachfolgefilm dann kommt, der dann irgendwie noch ein bisschen besser wird, wo dann vielleicht Kritik angenommen wird und so. Also, aber ich mochte den, ja, hat mir schon gefallen. Soundtrack, Stimmung, Retro-Feeling ohne Ende. Das wurde mit irgendwelchen alten Nokia-Handys. Ich will mir nicht zu viel verraten, was da gemacht wurde und so. Aber das waren schon so Momente, wo man dachte, ah, okay. Und, ah, was weiß ich, dann, ja, hat Spaß gemacht. Hat schon Spaß gemacht. Also für eine Sneak war das mehr als okay. Es war, ging anderthalb Stunden oder 100 Minuten oder sowas. Ja, eine Stunde 40 oder so, absolutes Sneak-Format, Unterhaltung dabei. Es sind nur zwei, drei Leute rausgegangen, die wahrscheinlich so mit Horrorfilmen und sowas gar nichts anfangen konnten. Ich fand übrigens schon, dass da ein paar sehr gruselige Szenen drin waren, aber das mag er noch. Ja, vielleicht hast du gerade aufs Handy geguckt, weil es dich gelangreilt hat oder so, aber ich habe mich schon zwei, dreimal ein bisschen erschreckt. Ja, ich mochte die Hauptdarstellerin auch noch, den Robbie Armel. Der erinnert mich halt immer an seinen Bruder, der den Arrow spielt, den Stephen Armel. Ja, aber, ja, fand das schon in Ordnung, das Ding. Hat Spaß gemacht. Also für mich sechs von zehn Punkten bei dir, ist ein bisschen weniger. Und bei mir glorreiche vier von zehn, weil du halt gerade auch das, was ich ganz und ganz cool fand, den Soundtrack, der war ganz nett. Ja, unbedingt. Das war schön. Soundtrack war cool. Also, das ist natürlich ein bisschen jetzt, einer liegt leicht unter dem Durchschnitt, ich liege leicht über dem Durchschnitt. Jetzt müsst ihr euch eure eigene Meinung bilden, holt euch einen aktuellen Test, geht ins Kino, denn der Film startet, jetzt muss ich ein bisschen auf Zeit spielen, er startet, ich glaube, der ist schon gestartet oder ist er nicht? Klicke, klicke, 4. November, 11. November. Du sagst schon, du Hilfe brauchst, gell? Ja, du kannst jederzeit reingrätschen. Wann läuft der an? Der läuft ja jetzt bald an. Keine Ahnung, ich würde auch gucken. So, dann machen wir jetzt mal, also am 25. November, der ist schon gestartet jetzt am vergangenen Donnerstag, genau. Kann man da so gucken. Ja, je nachdem, also wer mit Resident Evil an sich gar nichts anfangen kann, wer vielleicht auch die ersten zwei Spiele überhaupt nicht kennt und dieses Retro-Feeling nicht braucht, ich glaube, für den ist das nichts. Wer jetzt wirklich nur diese blinde Action haben wollte, die bei den Mila Jovovich-Filmen drin war. Aber ich glaube, die Marke zieht trotzdem noch. Ich glaube, da werden einige ins Kino gehen, die sich trotz Pandemie dann das trauen oder das machen möchten. Ansonsten wird das, denke ich mal, auf Video und Streaming dann schon ein Hit werden. Ich glaube, da gibt es schon eine ziemliche Fanbase. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und schauen wir mal. Apropos entwickelt, was entwickelt sich denn für die morgige Sneak-Preview? Gibt es da schon Hinweis und Tipps? Ja, also der Hinweis lautet, was Familie ausmacht. Und es sind auch schon Tipps eingegangen. Und bei dem anderen, bei einem Tipp, da würde sich der Christ, glaube ich, sehr, sehr freuen, wenn der Film kommt. Der erste Tipp ist The Bartender, nee, The Tender Bar so rum. Und der zweite Tipp ist Gunpowder Milchshake. Vom Martin getippt. Der leider nicht mehr bei den Light Cinemas in Halle arbeitet, denn die hatten durch die Pandemie ein bisschen Probleme bekommen. Und da hat er dann gewechselt. Rat mal, was er jetzt ist, Chris. Lehrer. Richtig, als Quereinstieg. Genau. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber was man da noch machen muss, muss man bestimmt noch einige... Das kann ich dir einfach in Ruhe erklären. Das ist nicht viel. Ach so. Einfach so, hey, du kannst reden vor der Klasse. Du hast keine Angst vor Kindern. So ähnlich war es bei mir an der Schule auch. Naja. Ja, ich weiß nicht. Gut, aber die Light Cinemas, die sind jetzt, glaube ich, übernommen worden. Habe ich letztens ein Posting gesehen. Also die haben jetzt wieder geöffnet in Halle. Die heißen aber jetzt anders irgendwie. Könnte also auch wieder hingehen. Und ja, dann schauen wir mal, was uns da morgen erwartet. Und jetzt gehen wir erstmal in den Bereich Heimkino, denn da haben wir auch ein bisschen was geschaut. Heimkino. Möchte jemand von euch Kings of Hollywood vorstellen. Ihr habt ja quasi das Anschreiben, das habe ich euch ja mitgegeben. Da steht ja alles drauf, oder? Chris? Immer das Schweigen ist mir so gut, ey. Kings of Hollywood. Ja, ein netter Streifen, der im Original The Comeback Trail heißt. Warum auch immer das jetzt im Deutschen wieder komisch übersetzt werden musste. Drehbuch hat geschrieben, George Gallow und Regie hat er auch George Gallow geführt. Und der ist richtig gut besetzt, der Film. Und zwar spielt mit Robert De Niro, Tommy D. Jones, Morgan Freeman, Suck Breath. Das sind Namen, die einfach herrlich sind. Und wenn ihr mir nicht Suck Breath schon lest, weiß ich, okay, da ist auf jeden Fall irgendwas qualitativ Gutes da drin. Es geht darum, dass Robert De Niro, also Max Barber und sein Neffe Walter Cresen haben eine Filmfirma, sind Produzenten. Das Ganze spielt, oh, 1987 glaube ich, oder so. Was war es? 87? War es 87? Ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen. Also war es echt in den 80? Ich dachte, das war noch ein bisschen früher. Warte, ich gucke mal, erzähl mal weiter. Ich dachte, das war in den 70er Jahren. Und die produzieren eigentlich mit ihrer Filmfirma eher mehr so Flopfilme. Also das letzte, was sie gemacht haben, war irgendwas mit Killern, Nonnen, was ihnen ziemlich um die Ohren geflogen ist. Dazu haben sie bei ihrem potenten Geldgeber, bei Morgan Freeman, bei Reggie Fontaine, Schulden, die sie bezahlen müssen. Und sie sind dann bei einer anderen Firma zum Dreh eingeladen oder sind halt mal dort, um da auch wegen dem Drehbuch zu schauen. Und dort passiert ein schrecklicher Unfall mit dem Hauptdarsteller, der nämlich vom Dach fällt. Und darauf kommt Max Barber auf die goldene Idee, hey, wir könnten ja einen Film machen und den Hauptdarsteller verunglücken lassen, der dabei stirbt. Und dann kassieren wir Geld von der Versicherung. Das heißt, sie überlegen sich, okay, wir brauchen irgendwie einen Film, wir brauchen irgendwie einen Drehbuch und wir brauchen natürlich einen Hauptdarsteller. Und machen sich dann auf ins Altersheim, weil sie sagen, ja, wenn er wohl mal noch jemanden älteren. Und dort treffen sie eben auf Duke Montana, Tommy Lee Jones, Duke Montana, der einen abgeheilften Cowboy spielt, der ständig versucht, sich umzubringen. Der jeden Morgen sein morgendliches russisches Roulette spielt. Und was könnte also besser passen als, wir wollen jemanden umbringen, der will sich selber umbringen. Und vielmehr Max Barber möchte jemanden umbringen, da möchte sich jemand selbst umbringen. Das könnte doch passen und deswegen engagieren sie ihn für diesen Film. Als Regisseurin holen sie dann noch Megan Albert rein. Also gespielt von Kate Katzman. Ich weiß gar nicht, von wo man die kennt. Und es wäre jetzt gemein, wenn ich sage, sie kam mir auch ein bisschen bekannt vor. Aber ich sage ja, deswegen sage ich, es ist gemein, wenn ich jetzt sage, blond und dicke Brüste. Aber so ist es eigentlich. Die waren die nicht. Naja. Auf jeden Fall spielt sie im Jahr 1974. Ich werde mal ganz kurz hier. Siehst du? Und die Frau kennen wir aus diesem Film. Wir hatten mal in der Corona-Zeit hatten wir mal einen Bruce Willis-Film, der hieß Survive the Game oder so. Er hat ja nicht da die mitgespielt, glaube ich. Einer von diesen Discs, die wir bekommen haben. Ja, passt, passt, passt. Genau. Gut, gut, gut. Genau. Und die machen sich also ganz dran, diesen Film zu drehen. Und Max Barber versucht eigentlich ständig irgendwie, also dieses wird ein Western, was für Duke Montana auch noch ganz gut ist. Und die versuchen also mit begrenztem Budget und ständig diesem, okay, wir müssen den irgendwie so deichseln, dass es wie ein Unfall aussieht. Und irgendwie, so gehen sie in diese Dreharbeiten rein. Und daraus entwickeln sich halt, ich will jetzt nicht sagen, aberwitzige Situationen, aber schon sehr lustige Situationen. Weil halt Max Barber das ständig irgendwie versucht so zu deichseln, dass es nicht so schlimm aussieht, aber es irgendwie immer schief geht. Und dann immer erst hinterher irgendwas passiert oder eben ganz anders läuft wie eigentlich gedacht. Es kommt natürlich am Ende noch zu einem größeren Showdown, wo wirklich alles auf einer Karte ist. Und wie das Ganze dann ausgeht, das verraten wir jetzt mal nicht. Ob sie es schaffen, dass Duke Montana sich selbst das Leben nimmt oder ob bei einem tragischen Unfall ums Leben kommt. Oder ob er weiterlebt. Es gibt alle Möglichkeiten. Es ist auf jeden Fall relativ witzig erzählt. Mein Problem bei dem Film war, dass er leider nicht wirklich sofort aufgenommen hat. Es ist mehr ein angenehmes Plätschern, der vor sich hinläuft. Also wirklich großartig besetzt. Also Tommy Lee Jones spielt mega cool. Robert De Niro spielt mega cool. Morgan Freeman macht eigentlich nicht arg viel. Also die meisten Szenen von Morgan Freeman ist, dass er auf der Couch liegt. Das ist aber auch ganz cool. Und ich feiere halt Sach-Breath unfassbar. Weil ich finde ihn so cool. Und der hat einfach so eine herrliche Rolle da drin. Ja, aber du wolltest ihn doch auch unterbringen. Was? Wollte ich gar nicht. Du willst du? Ja, ja, ja. Das sagt er jetzt nur so. Was? Also immer wieder in dieser Situation. Weil Robert De Niro und Sach-Breath einfach gemeinsam eine Dynamik entwickeln, die einfach echt cool ist. Die echt Potenzial hat. Und ja, es ist ein angenehmer Film, der keinem weh tut. Aber auch jetzt nicht einer, wo ich sage, oh mein Gott, wer den nicht gesehen hat, der hat richtig was so passt dieses Jahr. Sondern, ey, Film, den kann man bedenkenlos angucken, wenn man eine seichte Komödie sehen möchte und nicht viel nachdenken möchte. Oder wie seht ihr das? Ja, definitiv. Also vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ich war ja sehr enttäuscht von dem Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino. Was ja so ein bisschen auch so in dieser Zeit spielt. Und aber halt eine ganz andere Grundstory hat und auch mit ziemlichen Stars aufwartet. Ich fand den hier tatsächlich besser. Also den Kings of Hollywood. Weil das war einfach so, dieses Filmbusiness wurde halt mit so ein bisschen so einem Augenzwinkern auch, wie so Underdogs versuchen immer irgendwie mit Trashfilmen da irgendwie zu punkten. Und dann geht keiner ins Kino. Und dann hast du diese abgehalfterten Stars, die da irgendwo und die sich dann irgendwie wiederfinden. Und diese absurden Geschichten und auch so diese Geschichten vom Filmdrehs und diese Magie des Kinos. Wenn quasi, es kommen Leute zusammen, wo du eigentlich denkst, okay, das kann überhaupt nichts werden. Ja, ich rede da nur von dieser Regisseurin, die sie einfach nur nach Aussehen gecastet haben. Weil das war irgendwie die einzige Frau, die da kam. Und die sah halt auch noch gut aus. Und Tommy Lee Jones von hinten von der Couch. Okay, die will ich. Und das war halt den ihr Star. Und dann musste die halt besetzt werden. Und du denkst halt, okay, also eigentlich, das wird doch der nächste Flop. Und dann finanziert mit irgendwelchen dubiosen Mafia-Geld. Und ach, ich mochte diese ganze Konstellation, die da drin ist in diesem Film, die mochte ich einfach. Und wie sich dann die Story so entwickelt. Und ich mochte auch, dass die Pace jetzt nicht zu hoch war. Das war ja bei Once Upon a Time in Hollywood auch nicht. Das meanderte ja nur so hin. Aber bei Once Upon a Time war es halt so. Es war einfach manchmal total langweilig und sinnlos da, wenn Brad Pitt nur mit dem Auto durch die Gegend fährt und nichts passiert. Und hier ist halt schon immer irgendwas passiert. Das ist das Altersheim. Und du hast es schon gesagt. Oder dann, wie er versucht, den da umzubringen. Diverse Male. Und er schafft es dann irgendwie wieder. Und das gibt noch gerade die richtig geilen Szenen für den Film. Und so. Ich mochte das sehr. Habt ihr eigentlich ganz am Ende diese, ich nenne es mal Outtakes oder diese Szenen, die da noch alle kamen. Habt ihr die noch gesehen? Die habe ich durch Zufall dann erst entdeckt. Nee. Da waren noch so lustige Sachen dran. Da haben sie noch so Trailer für die anderen Filme von den ihrer Produktionen. Und noch so eine Art Nachklapp und eine B-Roll. Da müsst ihr unbedingt die Plureen noch mal reinwerfen. Das ist quasi so mitten in den Schriften kommt das dann. Und das fand ich auch noch mal so lustig. Und herzlich, was da noch kam. Und deswegen, das hat es bei mir auch noch mal ein bisschen aufgewertet. Kate? Ja, war ein ganz süßer Film. Also ich war ein bisschen baff. Also ich habe ehrlich gesagt, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir die Rezension zu uns bekommen. Und ich habe halt gar nicht mehr gewusst, um was es geht. Wir haben ihn einfach eingelegt. Und ich so, okay, interessant. Und dann kam die eine oder andere Besetzung, wo ich dachte so, okay, okay, das könnte interessant werden. Und dann auch diese Art von Humor, die direkt am Anfang losgetreten wird, hat mich richtig abgeholt. Und zur Mitte hin wurde der Film, finde ich, ein bisschen langsam. Da habe ich schon zu Chris gesagt, jetzt muss mal was passieren, sonst verliert der Film sich irgendwo unterwegs. Ein bisschen Action, ein bisschen Tempo wäre ganz gut. Und das kam dann zum Glück auch. Ja, der Film tut keinem weh. Der ist einfach knuffig. Der plätschert aber so ein bisschen vor sich hin. Aber auf eine angenehme Art und Weise. Hammerbesetzung, witzige Story. Kann man definitiv angucken. Der Film lief auf diversen Festivals auch, also vor Lockdown. Und dann hat man halt beschlossen, dass der irgendwie dann erst später anlaufen soll. Und jetzt gibt es ihn dann doch hier auf Blu-ray. Ich glaube auch in der aktuellen Situation. Ich hatte dann, wo die beim Dreh immer versucht haben, ihren Hauptdarsteller umzubringen. Ich hatte immer ein bisschen Geschmäckle, weil ja gerade dieser schlimme Unfall passiert ist an dem Set, was auch ein Western-Film war. Also ich glaube, der wird es auch jetzt wahrscheinlich nicht ins Kino schaffen, der Film. Weil da würde, glaube ich, ein bisschen Shitstorm losbrechen, weil da vielleicht doch ein paar Ähnlichkeiten mit dabei sind und so. Was natürlich der Film nicht beabsichtigt. Und was jetzt Kings of Hollywood auch nicht gerecht wird, wenn man den jetzt darauf reduziert. Das stimmt. Aber ich habe gerade mal ein bisschen rumgegoogelt. Der Originaltitel war mir jetzt noch gar nicht bewusst. Aber ich habe mal gesehen, es gab ja einen Originalfilm von 1900, hast du nicht gesehen, der auch The Comeback Trail heißt. Und der lief wohl im deutschen Fernsehen unter dem Titel Kings of Hollywood schon. Deswegen haben die wahrscheinlich dieses, in Anführungszeichen, Remake auch so genannt. Aber mir hat er Spaß gemacht. Also gibt es jetzt, Moment, bevor ich zu viel sage, ich gucke noch mal ganz kurz. Ihr habt den Zettel, hast du den zufällig da liegen? Da steht es immer drauf, ab wann es den auf Blu-ray gibt und so. Der müsste bei dir liegen. Der liegt irgendwo vor, da muss ich mich hier erstmal ausgraben. Na, warte mal, ich gucke mal bei Amazon. Hier steht, ab 2. Dezember steht es Blu-ray 11. November. Ach nee, gibt es schon. Seit 11. November gibt es den auf Blu-ray zu kaufen. Kann man machen. Kann man, glaube ich, kaufen. Macht Spaß. Also wer sich ein bisschen so fürs Filmbusiness interessiert und so dieses Reto 70er Jahre, 80er Jahre Feeling mochte von Once Upon a Time in Hollywood, aber jetzt nicht ganz so seltsam wie die Tarantino-Verfilmung. Der kann hier bedenkenlos mal einen Blick oder zwei oder anderthalb Stunden riskieren. Kings of Hollywood. Also von mir sieben Punkte. Das wäre euer, Tom. Okay. Ich gebe ihm fünf Punkte, weil es ist schon nett. Also eigentlich könnte ich immer. Ne, ich gebe ihm sechs Punkte. Er hat sechs verdient. Wegen Sach-Breath. Er hat sechs verdient. Jawohl. Dann haben die New Mutants auch sechs Punkte verdient. Erzähl mal. Die können wir ganz stark schnell machen. Die hatten wir ja hier schon in der Sendung. New Mutants. Die New Mutants. Die Marvel-Verfilmung von den fünf jungen Mutanten, Mutantinnen. Oder sind sechs? Ich kriege es schon gar nicht mehr zusammen. Fünf sonst, glaube ich. Fünf. Fünf. Fünf oder fünf? Fünf. Ich kann es ganz schnell machen. Der Film ist langweilig as fuck. Er ist teilweise völlig so, hä? Zusammenhanglos. Und ich, keine Ahnung. Es ist eigentlich von dem, was man sonst schon Marvel gewöhnt ist, ein wenig unwürdig. Deswegen, weil Story-Banane, weil relativ viel Banane und weder gut erzählt, noch gut gespielt, noch irgendwas, kriegt er von mir drei von zehn Punkten. Und ich sage einfach nur Next. Ich gucke gerade hier. Ich finde ihn bei uns in der Suche gar nicht auf der Seite. Ich wollte gerade gucken, was ich da gegeben habe. Weil ich, hä? Wir haben noch gar nicht überhört. Wir haben ihn doch auch schon gesehen, oder? Ja, ich dachte schon. Ich finde ihn ja gar nicht in der Liste. Sehr seltsam. Egal. Ist auch egal. Vielleicht haben wir den erwähnt bei den Kinostarts, aber ich habe den schon gesehen. Das weiß ich auch. Ich glaube, es lohnt sich nur für Marvel-Fans wegen der Szene nach dem Abspann hier und so, dass man da ein bisschen was in Erfahrung bringt. Ansonsten, wie du es gesagt hast, irgendwie. Das passt irgendwie überhaupt nicht zu den restlichen Marvel-Filmen, die man so kennt. Und irgendwie, die irgendwie, ja, eine schöne Story haben, wo man richtig drin ist und so. Ja. Ja. Ich habe mir den Schläferts-Film angeschaut, vergangenen Freitag. Der hieß Sadomona, Insel der teuflischen Frauen. Im Originaltitel, fast wörtlich übersetzt, heißt der Police Woman. Da geht es nämlich um eine Frau, also das spielt hier irgendwann in den, ich weiß gar nicht, wann das spielt, steht hier nicht. Aber auch so, denke ich mal, so die Drehe 70er, 80er Jahre irgendwo, als es noch schick war hier so, oder als noch nicht so diese ganze Diskussion aufkam mit, ja, mit Frauen und so weiter. Also das merkt man diesem Film deutlich an. Es ist ein, ja, man nennt, glaube ich, das Genre Sexploitation-Film, also Sex, Gewalt und gute Laune. Und es geht um eine Frau, eine Politesse, die in den Polizeidienst Ermittlungen übernehmen soll, die eigentlich nur für Männer da sind. Und sie kommt da in diesen Teens und wird das mal für diesen Männern gar nicht so richtig akzeptiert. Und ja, es gibt da noch so einen Schmugglerring, die schmuggeln irgendwelche Goldbahnen, ne, nicht Goldbahnen, die schmuggeln Drogen und bekommen dafür Goldbahnen, die sie dann auch wieder irgendwo anders hinschmuggeln. Und dieser Schmugglerring soll, soll gesprengt werden. Und dieser Schmugglerring besteht aus einer älteren Frau, die sozusagen dieser Mafiapate ist. Und sie hat jede Menge lauter junge Frauen, die dann regelmäßig blankziehen in dem Film. Und die, das muss erwähnt werden, die, die übernehmen halt die Transporte für, für die ganzen Drogen und das alles. Und also sei es mit dem Auto, sei es mit dem Boot und so weiter. Und das Ganze dient immer so als Aufhänger für diverse Nacktszenen. Und natürlich die, die Frau, die da als, äh, als Policewoman, als, äh, Polizeiermittlerin reinkommt, die kriegt einen Partner zur Seite gestellt. Die kann ihn am Anfang überhaupt nicht leiden. Aber die müssen dann irgendwann auch mal, äh, im Laufe ihrer verdeckten Ermittlungen ein Liebespaar spielen. Und das, äh, können sie sehr inbrünstig tun und so weiter. Also ein richtig netter Sexploitation-Schlefatz-Film, der auch wieder dafür gesorgt hat, dass Schlefatz in den Twitter-Trends irgendwie auf Platz 1 war an dem Abend. Und, ähm, es haben sehr viele Leute mit, mitgetwittert und irgendwelche Meme-GIFs gemacht oder animierte GIFs. Und es war einfach so lustig, einfach diese, diese ganzen Sachen mitzulesen, die da so gekommen sind. Und ich habe selber auch ein paar, paar Screenshots gemacht und vertextet und so. Die haben auch sehr viele Reaktionen erzeugt. Es hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und, äh, also Schlefatz, absolute Empfehlung. So eine kleine Perle da auf, äh, Tele 5. Kann mal gucken. Und natürlich der Film absolut schlecht. Ein absolutes Must-Not-See. Aber das hat es ja gerade so lustig gemacht. Ja, ich sehe es ja gerade gar nicht auf der Webseite, was, was nächste Woche, was nächsten Freitag kommt. Aber es kommt bestimmt was Gutes. Kann ich nur, ich gucke es auf jeden Fall. Man kann jetzt Sado Mona auch mit, mit sämtlichen Kommentaren und Bauchbinden, die da immer so gekommen sind, kann man jetzt auch, ähm, bei denen in der Mediathek schauen. Das würde ich jedem empfehlen, der das noch nicht getan hat. Okay, das war Schlefatz und jetzt schauen wir mal, was da an besseren Filmen vielleicht im Kino anläuft. Kino Charts und Neustart. Mal gucken, ob es sich lohnt, einen Test zu machen, um ins Kino zu gehen und einen der Top 5 Filme zu sehen in den Innenstadtkinos Stuttgart. Platz 5, Ghostbusters Legacy. Den wollten wir ja eigentlich sehen. Eigentlich ja, ne? Irgendwas kam dazwischen. Ja, Pandemie. Ach, da kamen Hundekrankheiten dazwischen. Ja, Krankheit. Platz 4, Encanto. Zeichentrickfilm. Das ist der Disney, der Disney, Walt Disney Animation Studios. Erzählt die Geschichte der Madrigals. Genau, das hatten wir schon. Platz 4. Hat in den USA schon am vergangenen Wochenende 11 Millionen eingespielt. Läuft schon ganz gut. Ähm, Encanto. Wird ja auch so auf dem Disney Channel, den ja viele Kinder gucken, wird ja richtig gut beworben mit Trailer und mit kurzen Ausschnitten und so. Also die Kinder sind schon gehypt da. Also meiner zumindest. Platz, wo sind wir? Drei ist Contra. Platz 2, Lauras Stern. Quasi eine Real-Neuverfilmung mit so Animationselementen. Das habe ich auch auf dem Disney Channel gesehen. Gab es auch so ein Making-of und so. Ist quasi so wie, wie soll man es nennen, wie Roger Rabbit. Also so Realfilmelemente, wo dann so andere Sachen mit drin sind. Ist gerade Lauras Stern mit Roger Rabbit verglichen. Platz 1. Platz 1 immer noch. Keine Zeit zu sterben, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ist auch der erfolgreichste Film 2021 geworden. Kann, glaube ich, keiner mehr aufholen. Es sei denn Matrix sahen richtig, aber bin ich gespannt. Okay, was läuft denn neu an? Wo ist mein Tab hier? House of Gucci. Biopic mit Lady Gaga und Adam Driver. Ba-Ba-Ba-Biopic, Ba-Ba-Ba-Biopic. Dann läuft Clifford, der große rote Hund, an. Familienkomödie und Buchverfilmung des beliebten Kinderbuchs um einen großen roten Hund. Also an mir ist das Thema Kinderbuch und ich glaube, da gab es so eine sehr, völlig vorbeigegangen. Habt ihr da irgendwie Berührungspunkte gehabt in eurer Kindheit? Nee. Nö. Nee, auch nicht. Dann Gunpowder Milkshake läuft an. In dem Karen Gillan von Guardians of the Galaxy und Lina Heddy von Game of Thrones als Assassinen-Mutter-Tochter-Duo ein kleines Mädchen beschützen müssen. Doktor Who. Auch dabei? Welcher? Nein, von Doktor Who. Nein, von Doktor Who, Karen Gillan von Doktor Who. Mann, okay. Der soll aber sehr gut sein, der Film. Dann läuft an. Weihnachten im Zauber-Eulen-Wald. Zauber-Eulen-Wald. Lennwald. Weihnachtlicher Familienfilm, über ein junges Mädchen, das Weihnachten auf einem bedrohten Bauernhof verbringen muss. Okay. Benedetta läuft an. Furios, skandalöses Spektakel, um eine lesbische Nonne im 17. Jahrhundert, die gewaltsame Jesus-Visionen hat. Von Paul Verhöfen. Also Paul Verhöfen, der ist ja bekannt für Robocop zum Beispiel oder weiß nicht, den alten Total Recall. Das klingt wie ein Film, den die Jungs aus Hollywood machen würden, von der Miracle-Production. Ja, meinst du? Ja. Also Paul Verhöfen hatte auch schon mal so einen Mittelalter-Film, der hieß Flash and Blood. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Also der war auch. Sex, Gewalt und gute Laune im Mittelalter, würde ich mal sagen. Also das war sehr, gab es lange Zeit nur absolut geschnitten und sowas. Mittlerweile kann man den gucken. Mal sehen, was das dann ist. Lesbische Nonne von Paul Verhöfen. Der hat ja auch Showgirls gemacht. Also würde ich mal sagen, die lesbische Nonne zieht auch irgendwann mal blank und da geht es ab im Kloster. Dann läuft noch an The Hand of God, italienisches Netflix-Drama von Paolo Sorrentino über einen jungen Mann, der in den 1980er-Jahren in Neapel Freude und Leid erlebt. Ich kenne nur den Streamer Hand of Blood. Was haben wir noch? Vater, keine Beschreibung. Toys of Terror, Horrorfilme um eine Familie, die zum Weihnachtsfest in einem abgelegenen Haus mit dunkler Vergangenheit Urlaub macht. Das ist ja eine ganz neue Geschichte, Mensch mal. Mega. Ein abgelegenes Haus, was irgendwie was Schlimmes passiert ist. Ei, ei, ei. Was mich fasziniert ist immer, dass die Leute immer mit vollem Elan in ein Haus einziehen, in dem sie wissen, dass jemand gestorben ist. In jedem Horrorfilm. Oder? Ja, gibt es auch nicht nur im Horrorfilm. Warum? Es gibt doch hier Sky Documentary, ne? Ja. Und da gab es mal eine Reihe über Leute, die in Häusern wohnen, wo was Schlimmes passiert ist. Also es gibt ja nicht nur diese großen Dinger hier, wo man weiß, hier Ted Bundy oder irgendwas, sondern es gibt ja auch die ganzen Sachen, ja, wo halt irgendjemand, Familientrama oder sowas, ne? Passiert ist. Und da haben sie quasi die Leute besucht, die in so einem Haus wohnen, wo was Schlimmes passiert ist, ne? Und die wussten das auch. Die haben es halt teilweise sehr günstig bekommen. Und ich meine, Wohnungspreise und Grundstückspreise, die sind ja heutzutage nicht gerade ohne. Und das war echt, hab ich gedacht, ey, okay, ich würde das nicht machen. Also die haben dann so, auch das so, so True Crime mäßig so aufbereitet, was da passiert ist und so. Und die Leute, die da drinnen wohnen, die wussten das teilweise, aber auch nicht so in dem Detailgrad, wie die das ermittelt hatten, ne? Und so, boah, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Boah, nee. Gruselig. Nee, irgendwie weißt du ja dann auch, ja, hier in dem Schlafzimmer, ja, zwei Leute, einer geköpft, einer gehäutet, mh, okay. Täter unbekannt. Nee, Täter unbekannt. Nee, das waren welche, wo es es wussten, also wo genau. Ja, aber selbst, es gibt so Häuser, wo es angeblich ja spuken soll, wo mysteriöse Dinge vor sich gehen, angeblich so, aber da ziehen einfach Leute freudestrahlend ein. Auch uns passiert das nicht. Also wenn es dann nur spuken soll, da hätte ich ehrlich gesagt nicht so das Problem damit. Wenn es jetzt nicht gerade, weil ich, also an solche paranormalen Sachen, glaube ich ja, normal versäge ich dich, näher mich da ja wissenschaftlich. Aber wenn es da gutes WLAN gibt in dem Haus und dieses Haus ist billig, ist es meins. Ich denke, ich denke ja da, ich denke ja da tatsächlich eher drüber nach so, okay, die kann ja in so ein Haus ziehen, wo es spukt, aber was machen die ganzen Kameraleute hier die ganze Zeit? Ach so. Aber wenn da Glasfaser liegt, so habe ich kein Problem. Warum liegt da Glasfaser? Warum hast du mir Maske auf? Bietet mir eure Grußhäuser an. Ich nehme die für einen symbolischen Euro, wenn da Glasfaser liegt. Also habe ich kein Problem damit. Oh, reden wir eigentlich auch noch über den Film der Dreier vom Hilton? Ach so. Ja, du hast ja geteilt, genau. Ich habe ihn mal gesichert mit Video-Download. Das war echt sehenswert. Echt sehenswert. Hat er sogar vertikal passt. Für die, die es nicht wissen, der VfB hat ja am Freitag ein Abendspiel gehabt und hat er überraschenderweise, hatte ich nicht damit gerechnet, dass er mal gewinnen, einen Dreier eingefahren. Ja, ich muss sagen, nach der Niederlagenserie der vergangenen Wochen, wo man gedacht hat, okay, das müssen sie doch gewinnen, wieder verloren. Das müssen sie doch gewinnen, wieder verloren. Habe ich eigentlich diesmal auch nicht so, aber jedenfalls, das ist dahingestellt, auf jeden Fall nach dem Dreier gab es dann einen Dreier in dem Hilton, was daneben an vom Stadion ist und die Person, offensichtlich zwei Männer, deutlich zu erkennen, an hervorstehenden Gliedmaßen und eine Frau. Das wirkte so ein bisschen wie dieser eine Film, ach, wie hieß denn der, wo die so Leuchtkondome anhaben und dann wird es das, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber hier war es halt eher so ein Schattenspiel, wie so ein Schernschnitt, also. Und natürlich die Masse, die vor dem Hotel war und das einzige beleuchtete Fenster, also ich nehme mal an, die haben da irgendwie ein Amateurporno gedreht oder sowas, weil das war richtig hell. Meinst du? Ja, das war richtig hell erleuchtet, alle anderen waren dunkel und die Masse hat dann von unten dann halt skandiert und dann hat es irgendeiner mitbekommen von den Teilnehmern da oben und hat dann mal so rausgeguckt. Aber die haben halt das Fenster auch nicht zugemacht, die haben es offengelassen. Ja, die hätten da drinnen den Vorhang irgendwie, naja, wer weiß. Das war, ja, also es ist auch Filmtipp für die Woche. Das ist ein Kurzfilm. Dann gehen wir weiter zu den Serien und gucken mal, was da cooles dabei ist. Da hat doch Disney Plus einfach mal Hawkeye gedroppt hier, gibt's ja gar nicht, ey. Bader Bing. Hawkeye. Die neue Marvel-Serie mit Jeremy Renner natürlich als Hawkeye, Clint Barton und Kate. Letztmalig. Kate Bisch, was, letztmalig? Ja. Ist da nicht nur noch mal in Serien drin oder so? Also es ist quasi so eine Staffelstab-Serie, nehme ich mal an, oder? Ja, ich glaube. Das ist sein, sein Abschied quasi. Okay. Ist quasi, ist von Disney selber tituliert so ein bisschen als Weihnachtsserie und das passt auch irgendwie, weil spielt halt in New York und es ist alles so dekoriert wie bei Kevin allein in New York irgendwie. Das ist irgendwie fünf Tage vor Weihnachten. Und das wird auch dann erwähnt, ich habe noch so und so viele Tage bis Weihnachten, weil er will dann auch zu seiner Familie und der Jeremy Renner, Clint Barton bleibt noch in New York, weil er noch ein bisschen was zu erledigen hat und was, das sehen wir halt in dieser Serie und wann, wann spielt das eigentlich zeitlich? Ich war mir da am Anfang ein bisschen unsicher. Also es ist nach Endgame. Jetzt. Nach Endgame, das ist aktuell. Ja, weil da hat nämlich das mit dem irgendwie, dass 50 Prozent der Leute fehlen überhaupt keine Bewandtnis mehr und er hat ja so viel abgekriegt, der ist ja auf einem Ohr taub und muss ein Hörgerät tragen und so und das ist alles nach Endgame. Also seine Romanov ist tot und er leidet an diesem Verlust und verbringt extrem viel Zeit mit seiner Familie, weil er die ja so lange nicht hatte. Die waren ja weg durch den Schnipser und als er die wieder zurück hatte, hat er quasi seinen Bogen an den Haken gehängt, an den Nagel gehängt und ist Familienvater, bis Kate Bishop in sein Leben tritt. Ja, die ja, ja, was war da jetzt los eigentlich bei der? Also die hat immer schon so ein bisschen sich dafür interessiert für Bogenschießen und alles und ist an der Uni und macht da ein bisschen Quatsch, weil sie irgendwie eine Glocke zum Klingen bringen will und macht die aber aus Versehen kaputt und er kennt der ganze Glockenturm kaputt und wird halt von der Uni irgendwie verwiesen und ist jetzt erstmal wieder zu Hause und ihre Mutter, die hat einen neuen Typen und mit dem versteht sie sich überhaupt nicht so richtig. Eine sehr dubiose Figur. Ich glaube, der ist noch ein richtiger Bösewicht. Das sind so die Typen, die kenne ich. Also das erkenne ich sofort als Experte. Ihr auch, oder? Absolut. Da ist noch was. Schnurrbart. Am Bart. Da ist noch was. Das ist der Schnurrbart. Meine Frau hat so halb mitgeguckt und die hat dann irgendwann gefragt, ob das Tom Selleck ist. Da habe ich gesagt, nee, ist es nicht. Tom Selleck hat aber den lieben Schnurrbart. Nee, die hat nur so von der Seite, von der Ferne mitgeguckt, weil ihr gerade einen Adventskanz dekoriert und hat dann nur so rüber gefragt, ist das Tom Selleck und so aus der Seite. Ich wurde gerade von einem, die wie gespoilert, was die Serie angeht. Okay, ich wollte nämlich gerade gucken, aber wer den spielt. Da wird nämlich eine Darstellerin genannt, die in der ersten Folge nicht vorkommt, die wir aber schon kennen, wo ich nicht wusste, dass die mit dabei ist in der Serie. Das hat mich jetzt geärgert. Dann nenn es mal lieber nicht. Also wir bleiben erstmal auch natürlich spoilerfrei hier ausnahmsweise. Ansonsten, falls uns noch was einfällt, wo wir unbedingt, dann machen wir einen Spoiler-Tag. Genau, also Hawkeye nimmt quasi die junge Frau Kate so ein bisschen unter die Fittiche, beziehungsweise sie nähert sich ihm an und er findet auch sein Ronin-Kostüm, was er da hatte, als er mal auf Rachefeldzug unterwegs war und sie zieht das an und macht damit ein paar Sachen und dann erkennen halt auch die Bösewichte, die sehr, sehr cool sind, diese Adidas-Mafia, diese russische, wirklich so typisch, so viele, so Russen haben ja teilweise auch so Trainingsanzüge an und so, das wird hier so herrlich persifliert und so mit Augenzwingern und die erkennen das halt irgendwie wieder und machen sich dann auf die Suche und finden sie dann auch relativ schnell und Hawkeye muss dann zur Hilfe kommen und dann, sie war ja auch, ach so genau, so vorher hat sie auch noch so eine Auktion entdeckt, die dann so in dem, in dem Kellergeschoss war, wo ihr Stiefvater mitgeboten hat auf so Artefakte, zum Beispiel auf das Schwert, was da in dem Avengers Tower gefunden wurde, in den Ruinen und eben diesen Anzug und so weiter und da hat sie sich eben auch dieses Ding angenommen und der Stiefvater hat dieses Schwert an sich genommen und daraus gewinnt das alles so ein bisschen seine, seine Fahrt, dass, dass die, so Bösewichte auf, auf der Suche nach ihr sind und er beschützt sie dann und bringt ihr dann so ein bisschen was bei und er macht sich dann parallel auch noch auf den Weg zur Nachforschung und das fand ich dann, ich fand halt am Anfang wäre ich fast ein bisschen raus gewesen, weil die Art, wie sie Bogen geschossen hat, das ging gar nicht. Also das habe ich euch auch in die Gruppe geschrieben, also da war ich noch, okay, also ich guckte das ist scheiße nicht weiter, das stimmt ja gar nichts hier und da dachte ich erst, das ist so ein bisschen so Kinderkacke so mit Uni und mit ihren Freundinnen und so und die Serie hat relativ schnell dann auch eine andere Wendung genommen und die hat mir dann wahnsinnig gut gefallen. Also ich mochte die wirklich sehr, auch dieses, wo die bei diesem Lab-Event waren, wo so ein bisschen diese, diese, diese Fans auch so mit, auf eine nette augenzwingernde Art mit reingebracht wurden und er geht nun mal durch die Straßen und wird halt auch erkannt von Leuten und ach, das fand ich, fand ich so schön und auch diese ganze Stimmung in der Serie, die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, also ich mag die absolut sehr, das ist für mich jetzt meine, bis jetzt meine, meine Lieblings-Marvel-Serie. So weit würde ich noch nicht nicht so verkopft wie Loki, wo man, die auch sehr, sehr gut ist, das ist wirklich Gemäcke auf hohem Niveau, die ich wirklich sehr gut fand und, aber man musste halt immer denken, wie war das jetzt, Zeitlinie, wer ist jetzt mit wem und wie ist was und Endspiel und ich mag das einfach, einfach mal hier Mittwochabend da hinsetzen, die Folgen gucken, einfach Spaß haben, schöne Marvel-Action und die Marvel-Stimmung mit drin. Und Bogenschießen. Ja, Bogenschießen auch, also er macht es ja richtig, sie macht es falsch, also hat es, sie hat ja jetzt erstmal noch nicht wieder geschossen, aber mal gucken, wenn sie wieder mal schießt. Ich glaube aber, ich weiß übrigens, warum du die Serie magst, weil die sich nicht lang aufhält, die kommt ziemlich schnell, nimmt die richtig Tempo auf. Das war bei Loki nicht so, Loki war eher auch ein langsamer Start, das war bei WandaVision überhaupt nicht so. Falcon and the Winter Soldier darf man dabei auch nicht vergessen, der hat auch, die haben auch Fahrt aufgenommen, aber noch nicht auch gleich so volle Möhre wie jetzt Hawkeye. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass dir das sehr, sehr gut gefällt, was mir auch sehr gut gefällt. Nur wusstet ihr eigentlich, wusstet ihr eigentlich, dass Hawkeye der wichtigste Avenger überhaupt ist? Warum? In Kämpfen ohne Hawkeye oder gegen ihn steht es 0 zu 4 für die Avengers, für die Avengers mit Hawkeye. die ganzen Kämpfe steht es 7 zu 0. So. Hast du Hawkeye im Team, hast du gewonnen. Ja. Übrigens, was ich auch, weil du gerade sagtest, hier mit Kämpfen mit ihm, dieses Musical, was die da aufgehört, das war doch, das war doch, ey, einfach so lustig und gut, wie sich so ein Musical, ich verstehe das nicht. Aber das ist so typisch, das ist typisch, man macht, das ist so echt. Heutzutage wird einfach aus allem ein Musical gemacht und dann Rogers, The Musical, so gut, oh, was, was. Da war so alles persifliert, was ich nicht an Musicals mag, es war einfach herrlich. Wo selbst die Personen, um die es geht, im Saal sitzen und sagen, was ist das für eine Scheiße. Ja, und vor allem, und dann taucht irgendwie auf der Bühne in dem Musical eine Figur aus, auf die der gar nicht dabei war und der im Publikum sagt, der war gar nicht dabei. Ja, genau. Und kriegt Applaus. Aber der war doch gar nicht dabei. Herrlich. Das war gut. Nee, also, die Serie macht es einem, oder hat es mir leicht gemacht, sie zu mögen, weil wirklich so viele, so viel Fanservice auch drin ist, mit den ganzen Kleinigkeiten, die da drin sind und, ach, das war einfach so, ach, also besonders die zweite Folge dann. Bei der ersten, wie gesagt, muss ich ein bisschen, ach, weil die hat mich gleich rausgebracht, weil die kann doch nicht die Sehne hinter die Nase ziehen, die reißt sich doch die Nase ab, wenn sie schießt, das geht gar nicht. Das ist ein Ernst am Anfang. Das habe ich aber auch überlegt, also ich bin ja jetzt kein nicht der Bogenschützen-Experte, aber das habe ich auch gedacht so. Aber jetzt mal, also eigentlich, an die Nase, ne? Naja, es gibt zwei Arten, eine ganz am Anfang, als ich angefangen habe, gab es noch eine andere Art, da hast du es quasi so seitlich neben die Wange gezogen, quasi bis fast zum Ohr und hast dann so die Hand unters Kinn gemacht und die neuere Art, wie es eigentlich besser ist, ist quasi eine, da hast du die Sehne in einer geraden Linie quasi über die Nasenspitze, über die Mitte von den Lippen bis gerade nach unten, weil dann guckst du nämlich genau mit dem Auge hinter die Sehne und so. Aber du tust es nicht neben die Nase. So hat man es ja auch bei den Olympischen Spielen gesehen. Ja, genau, du machst es nicht neben die Nase, weil da weißt du genau, wenn die loslässt, bup, hat sie eine rote Nase wie Rudolf. Und da habe ich ja, was? Das lernst du da ganz am Anfang. Auch schön fand ich die Szene auf dem Times Square, wo sie laufen und Kat zu ihm sagt, oder die Tochter sagt, ich weiß gar nicht mehr, wer von beides, guck mal, da ist auch jemand in deinem Kostüm und er so, das bin ich, das ist Katniss Everdeen. Genau die Sachen meine ich. Ja, die sind süß. Und das ist jetzt angelegt als eine Weihnachtsserie und ich war voll in der Stimmung drin. Ich dachte, oh herrlich, so richtig schöne Weihnachtsserie. Übrigens, für mich fand ich jetzt auch so, wenn ich jetzt noch mal so drüber nachdenke, das für mich so ein bisschen Revue passieren lasse, so ein bisschen auch die Stimmung von Stirb Langsam. Mal überlegen. So ein bisschen. Ich glaube, hier war es noch ein bisschen weihnachtlicher insgesamt, weil bei Stirb Langsam, gerade beim Ersten, ist ja eigentlich nur die Weihnachtsfeier da drin, aber hier ist ja die ganze Stadt deklariert. Stirb Langsam ist ein Weihnachtsfilm. Ja, definitiv. Ich gucke den auch gerne zu Weihnachten. Wenn du jetzt hier sagst, das kann man ja auch, dann beende ich diesen Podcast. Was mich halt, was mich halt, Das gilt auch für dich, Kate. Das gilt auch für dich. Ich komme gleich rüber. Das ist ein Weihnachtsfilm. Das ist ein Weihnachtsfilm. Gut. Ja, das gehen alle, Tony ist nicht mehr da. Da wird es auch einen neuen geben, wahrscheinlich. Es wird Miss Marvel geben und das ist alles so, ich weine fast, wenn ich darüber nachdenke. Das ist alles jetzt diese neue Generation von Marvel-Helden und die alten sind alle weg. Und das ist so traurig, aber auch irgendwie gut gemacht. Ja, das wird schon gut. Also ich habe da volles Vertrauen da. Das wird gut. Neue Black Widow. Schade ist nur zwei Folgen, ich hätte so Bock gehabt. Aber die wollen es ja so timen, wahrscheinlich, dass dann gerade die letzte Folge zu Weihnachten kommt oder so. Das müsste ja passen. Bin ich sehr, also ich freue mich sehr. Hawkeye, also das ist mein Ding. Neun Punkte von mir. Finde ich auch so. Also ich finde es ja auch sehr gut. Geben ja für Serien eigentlich keine Punkte, aber das... Ich kann da noch gar keine Punkte geben, weil es ist noch nicht zu Ende. Vielleicht biegt die auch fürchterlich ab, vielleicht, was weiß ich. Ja, bis jetzt. Passiert noch irgendwas, wo ich nicht einverstanden bin? Das kann sein. Das kann ja durchaus sein. Ich bin nicht da noch ein wenig vorsichtig. Können wir noch über den Hund sprechen? Der Hund. Der ja unfassbar süß ist. Ja, und wahrscheinlich komplett animiert. Ja, und wahrscheinlich bald stirbt, weil er zu viel Pizza isst. Oh ja, das stimmt. Ein süßer Hund ist aber dabei. Aber der ist so süß, ja. Der verwandelt sich bestimmt noch, ist bestimmt ein Formwandler oder so. So wie die Katze. Wer weiß. Spoiler! Ja, ich glaube, Dexter wird länger dauern. Chris, Squid Game? das wird nicht. Ja, Squid Game. Ich habe Squid Game durch. Ich fand es ganz cool. Es wurde ja schon viel darüber gesprochen auch. Also ich gehöre jetzt auch zu denen, die es gesehen haben. Es war ganz cool gemacht. Es ist mal was anderes gewesen auf jeden Fall. Kann man sich anschauen. Muss auf jeden Fall dranbleiben. Hat ein paar The-Fuck-Momente. Gefühlt habe ich nicht alles verstanden, was da so abgeht und was da noch passiert ist. Was allerdings kein Beinbruch ist, weil damit kann ich leben mit meinem Unwissen. Ich fand es cool. Ich kann es, wie gesagt, jedem mal empfehlen. Reizt schon. Saugeile Serie. Squid Game. Jawohl. Squid playing games with my heart. Okay. Aber jetzt, wo du es gesehen hast, es gibt so verschiedene Webseiten, die sich so mit Screenshots und kurzen GIFs da detailliert der ganzen Geschichte und den ganzen Symbolen und sowas nähern. Speziell auch, was sich, warum bestimmte Sachen passiert sind. Ich sage mal, Haare färben und sowas. Das habe ich nachgelesen. Das ist ganz interessant. Okay. Auf Sky neu gestartet. Das Reboot. Wir hatten ja heute schon einen Reboot von Resident Evil. Das Dexter Reboot New Blood. Ja? Also, es ist nicht wirklich ein Reboot. Es ist eine Miniserie. Oder es ist eine Miniserie. Es ist nicht bekannt, ob es danach weitergeht oder ob das einfach nur nochmal, sagen wir mal, ein versöhnlicher Abschluss war. So ein Soll war ja die letzte Staffel bei nicht allen Fans so happy ankam. Dexter, darf ich jetzt vorstellen? Sehr gerne. Weil du bist hier ein bisschen negativ gestimmt. Mal sehen, vielleicht kannst du ja was Gutes rausarbeiten hier. Das bin ich gespannt. Dexter ist, wie wir alle wissen, wer die Serie gesehen hat und auch die vergangene Staffel gesehen hat, ist ins Exil gegangen. Er will oder wollte zu dem damaligen Zeitpunkt nicht mehr töten. Seine Schwester Deborah starb und er hat sie über Bord geschmissen und so. Und um seinen Sohn zu schützen und andere Menschen zu schützen, weil alle in seinem Umfeld sterben, laut seiner Ansicht, geht er ins Exil und will nicht mehr töten. Wir steigen zehn Jahre nach den Ereignissen der letzten Staffel ein. Dexter lebt in einer Holzhütte mitten im Schneegebiet, also komplettes Konträrprogramm zu Miami, lebt dort und arbeitet in einem Laden für Angel und Hand, also Angel- und Jagdzubehör. Und er hat eine Freundin, er hat also eine feste Freundin und so und lebt abstinenz vom Töten. Und die Serie stellt das, finde ich, ganz gut dar. Er bringt zum Beispiel ein wieder aufgearbeitetes Messer zurück zu seinem Kunden, der ist Metzger und als er dann dort ankommt, sieht Dexter das ganze Blut und man merkt richtig ihm an, dass das ein Trigger ist natürlich und dass er richtig mit sich so ein bisschen kämpfen muss und dass ihn das stört, das jetzt zu sehen. Aber er bleibt beständig. Er hat auch, er geht auch jeden Morgen auf so eine Waldtour und jagt einen, oder jagt in Anführungsstrichen einen Hirsch, einen weißen Hirsch oder so ähnliche. Vielleicht ist es auch ein Rentier, keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall ein großes Geweih und es weiß. Aber er schießt es nicht. Es ist vielleicht so eine Art Ritual auch für ihn, dass er das jeden Morgen macht, um eben sich wieder zu beweisen, nein, er muss nicht töten, er kann das besiegen. Seine Schwester Deborah taucht auch auf, ist quasi der neue Harry, Harry, der ihm Ratschläge gibt und ihm sagt, dass er das nicht machen darf, wenn er auf dumme Gedanken kommt und so. Was ein bisschen surreal ist. Ich war so an Harry gewöhnt. Und eines Tages sieht er immer wieder einen jungen Mann oder fühlt sich verfolgt und so. Und es stellt sich dann auch raus, dass das sein Sohn ist, der ihn aufsucht. Beziehungsweise es ist halt Harrison, der auf der Suche nach seinem Sohn ist und ihn fragt, ob er Dexter Morgan ist, weil er lebt natürlich unter einem falschen Namen in dieser neuen Welt. Und was noch alles so anders in der Folge passiert, möchte ich nicht erzählen, denn Dexter wird damit konfrontiert, ob er jemanden umbringt oder nicht. Und das, also mir persönlich hat es wirklich gefallen, einfach dieser, dieser Zwischending, dieses Zwischending zwischen, er will ja eigentlich morden und eigentlich mordet er ja in Anführungsstrichen aus den richtigen Beweggründen, indem er die bösen Menschen verschwinden lässt, die durch das Raster fallen, was ja in der Originalserie das Ganze so ausgemacht hat. Mir gefällt dieses, dieser Kampf, den er innerlich führt und auch dieses, weiterhin dieses falsche Leben vorspielen. und ich war wieder sofort drin, ich war wieder voll drin in dieser Welt, in dieser Dexter-Welt, in diesem Gedankengang von ihm. Ich habe auch direkt wieder angefangen, die erste Staffel zu gucken. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ja, also ich fand es super geil. Erik, du nicht, habe ich mittlerweile ja mitgekriegt. Nicht ganz so. Jetzt nicht so gefallen. Ich fand es, ich fand es am einen, ich fand es sehr langweilig. Man kann es wirklich so. Findest du? Ja, ich fand es echt langweilig und ich habe auch, weil es mir überhaupt nicht so gefallen hat, weil es mich, ich muss auch sagen, es ist ja schon eine Weile her, dass ich die letzte Staffel, von der ich sehr enttäuscht war, gesehen habe, das ist ja, wie lange, sieben Jahre, acht Jahre oder wann war das? Keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht mehr so gehuckt gewesen. Ja, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich habe gerade erst irgendwie alles durchgeguckt und jetzt will ich das auch noch sehen oder so, dann wäre es vielleicht anders gewesen. Das war jetzt so wie, ja, mal gucken, ob das was kann. Ja, war jetzt nicht so wahnsinnig angetan und dann, ach, dass die, dass da seine Schwester immer mit auftaucht und so, das hat mich alles irgendwie genervt. Dann, es war alles irgendwie so Copy and Paste von den Alten, bloß halt mit anderen Sachen. Das ganze Setting und dann ist ja in der ersten Folge gleich dieser, ja, sein erster Fall, der ihn wieder rückfällig werden lässt, äh, kann man ja schon soweit sagen, ne? Spoiler! Wieso? Das ist die erste Folge, ich mein, ey, das ist Dexter, ne? Man sieht jetzt sogar im Trailer, alles gut. Ich kenn den Trailer nicht, aber wenn der nicht rückfällig werden würde, was wär das dann für eine Serie, so eine Art wie Friends oder was? Dexter, haut hier One-Liner raus oder was? Ne, ähm, ja, ich mach das ganze Setting alles irgendwie gar nicht und dann mit seinen, ich hab nämlich dann auch schon nachgelesen, worum es in den weiteren Folgen geht, worauf die Serie, die Staffel dann so den Fokus legt und das gefällt mir dann überhaupt nicht. Das hab ich noch nicht gelesen. dann will ich auch nichts verraten, aber das ist so eine Sache, dass die Story geht dann in eine Richtung, wo ich sag, okay, nee, das muss ich nicht haben und, ähm, deswegen war das für mich der einzige, es gibt jetzt erstmal eine Folge bei Sky kostenlos hier, man kann ja bei, bei Amazon, glaube ich, kann man schon die ganze Staffel kaufen oder wie das war, oder irgendwo kann man die kaufen, also es gibt zumindest hier bei diversen Serien-Webseiten schon Kritiken dafür für die, für die ganze Staffel und da wird auch schon gesagt, worum es dann in den anderen Folgen geht und was so der Fokus ist und, ja, nee, ist nicht, interessiert mich nicht. Ich, ich, ich frage mich halt, wie es weitergeht, weil ich meine, Harrison ist ein, ist ein junger Mann, also ein Teenager, ähm, wie viel weiß der über seinen Vater? Warum er weggegangen ist und so, das ist, das ist total spannend, inwieweit, äh, sich diese, diese, dieses Vater-Duo, Vater-Sohn-Duo weiterentwickelt. Ähm, ja, schwierig. Wir werden sehen, oder nicht, also du wirst sehen, kannst du, ich werde sehen, kannst du sagen, ich werde, glaube ich, da nicht mehr rein, ich werde mal jetzt in Succession reingucken, das soll ganz gut sein, gibt es auch bei Sky und, ähm, mal gucken, bald ist ja auch Fortsetzung folgt, da muss ich auch noch was gucken, na, dann gucke ich erst mal das andere, mal gucken, ähm, jetzt auf in die Rätselecke. Rätselecke. Das ging schnell mit mir im Rätsel. Was packt ihr auf eure Playlist? Ich packe auf meine Playlist die Foo Fighters mit All My Life. Super. Woop, woop, woop. That's the sound of the police, KRS 1, sound of the police is mine. Sau geil. Was kommt als nächstes? LL Cool J, Mama said knock you out. Das war alles so die Phase, da hatte ich damals so eine Kassette, da waren die ganzen Dinger drauf. Äh, ja, da war das drauf, das, was du letzte Woche hattest. Von mir gibt es die, die momentane, ich glaube, in Frankreich Platz 1, Snaps, Lucky Fonds, ähm, französischer Rap. Ja, fand ich sehr gut, wo ich das gehört habe. Okay, ähm, haben wir Kommentare gehabt? Weiß ich gar nicht. Ähm, ich möchte nur noch drauf hinweisen, es ist jetzt quasi die letzte Sendung vor dem Adventskalender, der dann am ersten natürlich... Yay, Adventskalender! Wupp, wupp. Wupp, wupp. Sound of the police. Dann, ähm, könnt ihr mitmachen alle. Viel Spaß damit. Also ihr zwei vielleicht nicht gerade unbedingt, sonst sieht es nach, nach Schiebung aus, wenn ihr da was gewinnt. Aber ihr da draußen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, macht da alle fleißig mit. Es gibt jeden Tag was zu gewinnen. Ganz neu jetzt. Jeden Tag. Genau. Und jeden Tag ist das Türchen, sofern die Automatik funktioniert, Inschallah, ähm, ja, dann ist das Türchen den ganzen Tag offen. Nicht, dass am ersten Tag der ganze Kalender alle 24 Türchen schon auf sind. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das erst, ich sehe das erst, wenn es live ist, ob es funktioniert. Ich kann es ja jetzt nicht auf der Seite live schalten, um das zu testen. Irgendwie, ja, traue ich mich das nicht. Ich werde es dann sehen, am ersten, lasst euch überraschen, ähm, das seht ihr dann gleich auf der Startseite von kinocast.net. Es gibt natürlich dann auch diesen, so einen Link dafür, ähm, wie heißt der jetzt genau? kinocast.net slash Adventskalender minus 2021. Da kann man schon mal, glaube ich, reingucken. Ich hoffe mal, dass da jetzt nicht alle Türchen schon auf sind, wenn man da den Link öffnet. Warte mal, ich klicke den mal. Mal gucken, was passiert. Ähm, ne, sind sie alle zu. Also das funktioniert zum Mindest mal. Da bin ich sehr gespannt, äh, ob dann sich das erste Türchen automatisch öffnet oder ob das hier ein riesen, äh, Fuba ist und, äh, wir werden sehen. Okay, dann vielen Dank an alle, die uns auf den diversen Plattformen unterstützen. Patreon zuallererst, die dann so einen kleinen Betrag in den Hut werfen, damit das ja der ganze Laden am Laufen bleibt und auch solche Sachen wie die Gewinnspiele finanziert werden. Ähm, vielen Dank an alle, die uns unterstützen mit Teilen von Beiträgen, mit, äh, Hinweisen, ja, wer gerne Kinofilme schaut und den Podcast noch nicht kennt, dann weist vielleicht die Leute mal drauf hin. Mittlerweile ist ja sehr einfach geworden, Podcasts zu hören und es gibt es ja auch überall Deezer, Spotify, kann man auch abonnieren, auf diversen Podcast-Apps einfach mal nach Kinocast suchen und mittlerweile ist es ja im Mainstream angekommen. Also wer uns noch nicht hört, dem sagt er mal Bescheid und, ja, euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen, dann bis morgen, frisch getestet und mal gucken, was uns da erwartet. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss, ich wünsche euch alle einen schönen ersten Advent. Ach ja, das ist ja auch noch, stimmt ja. Dafür war der Adventskranz. Ha. Der Kinocast. Ich wünsche euch alle